Ähm, warte, 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 da war noch eine offene Schublade. Aber da können wir nicht mehr hin. Ah. Das hab ich ja ganz vergessen. So, jetzt sollten wir das... Was ist denn mit dem Karngrall passiert? Hilfe! Der Typ hat ein Untergrundlabor und Zombies geschaffen, die jetzt hier ihre Hände im Port strecken. Hilfe! Ich bin so glücklich, dich zu sehen. Lass mich raus, bitte. Zusammen können wir Beruda stoppen. Ich habe seinen Plan gehört. Er ist das Ritual am Mittagessen. Wir haben nicht viel Zeit. Also, in dem Fall lass ich dich hier, weil, eben du hast es gerade gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Nein. Ähm... Wie helfe ich dir denn? Ich weiss es nicht. Mary! Geh mich aus hier, bitte! Ja, Moment. Was ist das da? Reichen wir das mal hoch? Ich glaube, ich brauche das. Ähm... Ähm... Zuerst machen wir mal das Relief. So. Jetzt soll es abvollständig... Hört doch auf! Wieso ist es nicht vollständig? Da ist doch irgendein Gewurschtel, das da hin muss. Feuerwerk-Skörper können wir immer noch nicht verwenden. Nicht. Da geht gar nichts. Da kann ich auch nichts machen. Hilfe! Der Moon wird bald hoch genug sein, um das Ritual zu starten. Oh nein! Ich muss hurry! Ich muss ihn auswählen, um ihn auswählen und frische Furnflower in sein Elixir zu spüren. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich herauslocken mit dem Feuerwerk-Skörpern. Immer noch nicht. Zerschlag das Ding da, dann hört er es. Ähm... Das ist immer noch nicht vollständig. Nimm doch ein paar Blätter der Blume und verbinde das als Isolierung. Naja, werde wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. Habe ich doch gedacht, dass das irgendwann wieder verfügbar wird. Nun gut. Ähm... Wieder Teile suchen. Das hier brauchen wir. Das hier brauchen wir. Das hier. Das sieht verdächtig aus. Dann was hier. Ähm... Dann wird es schon schwerer, das. Und sonst so. Ich glaube, hier ist etwas. Genau. Das hier. Das ist nichts, aber das hier. Das ist auch nichts. Da könnte noch etwas drin sein. Nein. Alter. Das Blut. Das spielen auch Kinder, dieses Spiel. Oder das Blut. Diese Stange hier brauchen wir. Dann hier könnte etwas sein. Nein. Ich sehe das so schlecht. Das ist am Boden etwas. Ich muss mich hier ums Mikrofon herumlehnen, um das zu sehen. Also wir brauchen so eine komische Stange. Das könnte das hier sein. Mega gemeingetarnt. Und noch ein paar so Nägel. Die liegen hier. Ein Wagenheber. Der Wagenheber. Wo müssen wir etwas schweres... Ach nee, 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 nee. Wir müssen nichts anheben, sondern... Wir müssen sich umsetzen, um es zu wie geben und zu dem Ausfall zu helfen. Ich wusste, dass du mir helfen kannst! Du kannst mir jetzt helfen, einen Boruta zu verflüssen. Wir müssen ihn aus seiner Stange treten. Wir brauchen die Feuerwerke, um ihn zu finden. Damit kann ich sich in seine Stange rennen. Ja, per Zufall brauche ich gerade ein Isolierbad. Dankeschön. Da war noch eine Taschenlampe. Die brauchen wir nämlich auch für die Lichtsignale. Ich glaube, jetzt haben wir dann alles, um ein Feuerwerk zu veranstalten. So. Das hier reparieren wir. Oh shit. Ich wollte da nicht weg. Einstecken. Zähnschnür trocknen. So. Taschenlampe. In der Taschenlampe sind keine Batterien. Also wir müssen jetzt dem da ein Zeichen geben, oder? Alter, der sieht uns doch von hier. Der schaut uns ja an. Wieso müssen wir dann zusätzlich noch ein Zeichen geben? Ist ja unglaublich. Oh, ich auch. Äh, Zinsschnür, Isolier... Wir haben immer noch Isolierband. Kleberband. Ich bin verzweifelt. Ähm, hier war nichts mehr. Da ist da auch nichts mehr. Jupp. Einverstanden. Da fällt uns auch noch etwas. Die Pistolen müssen wir da auch noch einsetzen. Wo ist Grandma? Wirst du mich verarschen? Du hast sie jetzt bestimmt schon drei, vier Mal gesehen. Hör jetzt auf, das zu fragen. Das ist unglaublich. Die Demenz oder Alzheimer macht sich gerade bereit bei der... So, ist das hier wieder mal verfügbar? Nein. Ich weiss nicht, wieso wir hier wieder hin können, weil... Da ist ja nichts mehr zu machen. Warte kurz. Oh, jetzt können wir plötzlich da hoch. Danke, dass mir das mitgeteilt wird. Okay, das sind Feuerwerkskörper. Zack, 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 zack. Reicht das? Ich weiss nicht, was brauchst du denn noch? Ist doch alles. Oh nein, hier so ein paar Kerne oder Schiesspulver wahrscheinlich. Weiss, wo ich Schiesspulver herbekomme. Wir können Feuerwerkskörper herbekommen. Drossim hätte ich gerne Schiesspulver. Ich gebe dir, was im Eisteisch. So eine alte, ranzige Blume gebe ich dir. Nein, ist natürlich eine schöne Blume. Die war nur verwelkt und jetzt ist sie wieder schön. Aber... Wo können wir noch irgendetwas zerschlagen? Ich will etwas zerschlagen. Der kümmert sich immer noch gut um ihn. Hier ist auch nichts verfügbar. Aber hier hinten noch etwas. Eher weniger. Ach, noch da. Yes. Das ist das letzte Reliefstück. Stimmt, das war noch da. Gut, dann haben wir es jetzt, glaube ich, hier hinten. Das letzte Mal, dass wir hier hinten waren. Schätze ich mal. So, aber jetzt. Dieser Pisser ist besser, als gar keinen Job zu haben. Ist doch noch etwas Schönes, in seinem Park Touristenführer zu machen. Herein, hereinspaziert. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Okay. Jetzt. Ich gehe nicht mehr gut aus, diese Teufelsrituale. Er will sich in einen Vogel verwandeln. Also da hätte er auch eine viel schlimmere Gestalt wählen können. Ich meine, das ist ein Vogel. Du kannst auch gut vom Himmel schiessen. Mit dem entsprechenden Gewehr. Alter. Okay, es ist ein grosser Vogel. Aber es geht trotzdem. Brauchst du nur ein grosses Gewehr. Und die Trauer und Depression macht sich breit. Und er wird dadurch grösser. Wir haben die zweite Pistole und noch einen Ring. Diamantring. So, die Pistole setzen wir hier ein. Und bekommen das Schiesspulver. Gut. Dann nähern wir uns, glaube ich, langsam dem Ende. Äh, ach ne, jetzt muss ich da wirklich drum herum. So. So, die letzte Zutat. Hier, bitteschön. Jetzt haben wir alles, oder? Das Ding brauche ich noch, oder was? Ach ne, so ein Ding, da brauche ich noch. So ein Stecken. Ah, was kann Diamant natürlich gut Glas schneiden. Ach so. Okay. Was das auch immer war in diesem Blaskasten mit diesen Figuren. Ich weiss nicht, aber wir haben, was wir brauchen. So, aber jetzt. Wir müssen sie nicht mal selbst zusammensetzen. So, darf ich die dir geben? Ist zwar erst ab 18 Jahren, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Ja, bekommst du auch von mir, bitteschön. Okay. Ich muss zuerst noch Batterien finden. Hast du Batterien? Ich bin bereit. Just waiting for your signal. Danke für die Antwort. Gutes Gespräch. So, Batterien, ja, bekommen wir netterweise von einem Wimmelbild. Nehme ich mal an. Hoffe ich. Also, zuerst mal Kaffeemühle. Ist das das hier? Nein, ist keine Kaffeemühle. Die ist da rechts. So. Eine Suppenkelle. Die würde ich gerade sofort verwenden. Für die nächste Suppe. So mit Spinnweben noch besetzt. Ich habe jetzt nicht gesehen, was für ein Objekt das ist. Ich habe das Teil da hinten gesehen. Deswegen habe ich da aufgeklickt. Genau wie hier. Man sieht das Teil da drunter. Spatel. Das ist ein bisschen bescheissen. Genau wie hier sehe ich auch einen Teil. Flachmann. Komm, ich spiele jetzt richtig. Suppenkelle. Die ist da. Die Tatschnur habe ich schon gesehen. Irgendwo habe ich eine Tatschnur gesehen. Glaube ich. Ja, genau das war's. Dann ein Feuerzeug. Die sind ja bekanntermaßen nicht so gross. Und deswegen ist das hier oben. Ganz klein. Tassen. Hier. Und ein Foto haben wir hier. Na dann. Batterien. Und bald ist es soweit. Los geht's. Ich hoffe nur, der Kleine war schlau genug wegzurennen. Ja, ja. Jede Sekunde wird er zurück sein. Stylisch eingerichtet hier. Schön, schön. So der Adler. Der Bär am Boden. Schön. Mal schauen. Ich habe gerade Hunger. Bekomme ich hier irgendwo einen Snack? Hat er hier irgendwo einen Snack versteckt? Seht ihr was? Ah, schade. Es ist ein bisschen dunkel hier drin. Ich müsste noch diese Kerzen hier anzünden. Kann ich einen Blick aus dem Fenster werfen auf die schöne Landschaft. Aber es könnte ja sein, dass er jede Sekunde zurückkommt. Deswegen mache ich hier so schnell es geht vorwärts. Ja, ja. So, nein. Jetzt im Ernst. Oh, je. Komm, wir helfen der mit der Macht des dekorativen Armreifs des Farns. Die Farnblumen muss rein, oder? Hat er gesagt. Die schöne Farnblumen. Die schöne Farnblumen. Alter. Da sind wir jetzt noch eine Karte. Careful, he's back. Midnight. It's time for the ritual. First, the powder. And then, you die. Damit hat er nicht gerechnet. Da haben wir ein bisschen sein Rezept vermisst. Alter, was ist denn das für Riesenschlüssel? Okay, dann befreien wir sie mal. And that's how the fernflower was saved. Baba had enough fern dust for everyone. Life in our Slavic park returned to normal. The creatures from Slavic myth once again have a happy place to live. The old magic of our people is still here, sustained by our belief. Ich würde jetzt sagen, das war's. Aber vielleicht erinnert sich noch ein paar daran, dass es das noch nicht war. Sondern es noch eine kleine Bonusgeschichte gibt. Deswegen werde ich die mal ein bisschen schneller durchlaufen lassen. Ich weiss nicht, ob nach dem Bonus-Kapitel die Credits nochmals kommen. So, muss ich mal schauen. Aber zur Sicherheit lasse ich sie mal durch. Sind ja nicht ganz so viele. Glaub ich. So, das war's auch schon. Dann geht's wieder von vorne los. Gut. Nochmal neues Spiel. Und wir haben hier noch die Geschichte Midsommernacht. Auf normal. Once a year, in the heart of the forest on Midsommer night, the fern flower blossoms. Legend tells that, if found by a person of pure heart, the flower will grant any wish he or she desires. They think it's only a legend, but tonight is Midsommer. I will find the flower, and I'll ask it to heal mom. Okay, äh, warte. Die Geschichte wie, warum und äh? Aha, aha, aha. Aber sind wir jetzt die gleiche Person einfach Jünger? Wer ist das, wo wir spielen?